Hey! Ich bin doch da! Frank, dich ist gerade knapp bei Kasse. Hat Nase gemacht. Wo warst denn du? Mensch, Herbert, ich hab auf dich gewartet. Drei Stunden saß ich jetzt gar nicht. Ich hab dir schon hundertmal gesagt, du sollst nicht auf dich warten. Nächst aber wohl jetzt den Titel. Kann deine Familie stolz auf dich sein. Herbert? Alles gut bei dir? Das ist eine kleine Schwäche. Nichts ernstes. Hallo Sandra. Was willst du? Warum rennst du mir nach? Kleines Spielchen. Du kannst mir im Krügstück kein Geld eintreiben. Nur Sandra, mir geht's nicht gut. Ist mir egal, wie's dir geht. Sie haben zu mir gesagt, du kommst zu mir wieder. Ich hab ne Enkel. Ich will sie sehr gut sein. Mach dir doch nichts vor. Ich bin Boxer, Marlene. Immer gewesen. Und wenn das mein letzter Kampf sein soll, dann ist das so. ist das so. Die Muskeln gehen weg. Mein ganzer Körper. Hallo. Hallo. Und wenn es lächelt, dann kommt ein... ...und ein Stück, Mama. Ist das genug? Das ist ja auch wie eine Schildkröte. Säte Amonika! Säte Amonika! Säte Amonika! Säte Amonika! T1 1 4 9 5 T aims